hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei krümel baut endlich mal wieder ein 1 zu 8 auto dabei und zwar von karko oder cargo das ist immer mal unterschiedlich hier steht karko also karko mit c man wird mit k geschrieben maßen geht dabei ich nenne es jetzt einfach mal karko blogs hier c005 besteht aus 3920 teilen hat den namen supercar oder mode supercar und hier steht nochmal ist ein maßstab von 1 zu 8 streamline steht ja auch noch mal erwähnt ansonsten angegeben mit 14 plus ja gut technik modelle das ist immer relativ es ist halt ein 1 zu 8 modell man sollte schon ein bisschen erfahrung haben außerdem es ist ein mock von lox lego er ist geklaut nicht lizenziert das heißt ich packe euch unten auch wieder den link dazu rein hat ja tgl genau tigaule mit der t4002 war es glaube ich oder ne 5002 in azur herausgebracht hier haben wir jetzt in ich habe keine ahnung wie die farbe heißt gefällt mir zumindest besser als das blau aber auch da ich packe euch noch mal unten den link rein ja und gleichzeitig natürlich lox lego hat das ganze designt von daher gibt es auch noch mal einen link zu replicable mit der bitte wenn ihr euch das kauft legt euch auch noch die anleitung von lox lego dazu damit er auch noch ein bisschen was davon hat dass wir hier seine tollen modelle genießen können ja kommen wir zur anleitung die ist erstmal falsch rum also das ist jetzt hinten und so sieht vorne aus und dann können wir aufklappen und da fällt auch schon auf aha motoren und nicht motoren das ganze gibt es also zeigen wir noch mal das bild dazu was ist das eine chinesische karte ja wahrscheinlich werbung das ganze gibt es in zwei versionen statisch und motorisiert ich habe hier die statische version mal gucken vielleicht auch nicht auch motorisiert mal mal sehen fängt dann an anscheinend man baut dummies dazu ähnlich wie bei sembo hatte ich ja vor kurzem da waren auch dummies drin ja und sie ist ausgegraut das finde ich immer nicht so schön mal gucken wie sich das denn bauen lässt ansonsten wir haben viele bauschritte ich habe mal ein bisschen rumgewühlt ich glaube das geht bis 9 gucken wir mal ob man hier zufällig hätte ich eigentlich vorher mal gucken können war es ist denn immer so viel ganz ja nicht sein nachher wird doch irgendwann mal moment entschuldigt die 14 hier 10 anscheinend es sind zehn bauschritte und die sind nicht in zip beuteln oder sowas sondern die ganzen tüten sind einzelne in dem riesen karton drin die werde ich mir dann erstmal zusammensuchen ich habe sie jetzt erstmal wieder reingeworfen es sind zwei satz felgen drin einmal in gold einmal in schwarz finde ich ganz nett werde ich vielleicht am ende noch mal ich habe es jetzt halt wie gesagt wieder alle in karton geschmissen gehabt noch mal raussuchen und euch dann zeigen das ist immer schön wenn man zwei sitze dabei hat kann man entweder die farbe wählen oder man wenn man gold mag kann man drauf lassen und die schwarzen kann man ja dann fröhlich selber bemalen ja so viel also noch mal umdrehen zur einleitung ihr seht blaue axpins blaue dreier pins werde ich am ende wahrscheinlich wieder versuchen auszutauschen mal gucken hier scheint eine rote softechse oder irgendwas drin zu sein wie das dann aussieht ob das gutes oder schlecht und eventuell auch noch mal gegen schwarz austauschen falls sich die passende größe da ansonsten bin ich stark gespannt wie gesagt kacko hatte ich noch nie was da ich weiß auch nicht ob das jetzt goprix steine sind oder irgendwas anderes wie die qualität ist vor allen dingen der pennit das ist ja immer wichtig dass es dann außen alles möglich einfarbig ist und nicht zerkratzt das werden wir dann so im laufe des aufbaus sehen 1 zu 8 modell fast 4000 teile ich denke mal es werden zwei teile von daher ja ich fange dann jetzt mal an damit wir nicht zu viel zeit verplempern und los geht's mit dem aufbau schritt 1 liegt da aber zuerst kurz teile qualität was man zu bisher so sagen kann gut kann ich mich nicht beschweren also ja blaue dreier pins hatte ich ja eingangs schon erwähnt die gehen ganz entspannt rein also ich versuche mal wenn man die kriegt man sogar per hand so halbwegs wieder raus gezogen das ist nicht so nicht wirklich so straff wie mold king tendenz sowie kader also für mich persönlich perfekt kann ich mich nicht beschweren schön wäre es natürlich wenn sie noch schwarz werden ansonsten achsen teile alles keine probleme ich weiß nicht wo die die pinde wo die die teile herkriegen ob das goprix ist ob das eigenes zeug ist ob das von king importiert ist ich kann es euch nicht sagen wie gesagt das einzige es funktioniert alles klemmkraft ist vollkommen in ordnung achsen alles halten zahnräder greifen gut also hier seht ihr ja wenn ich jetzt hier drehe sind immerhin auch ein zwei drei vier fünf zahnräder die da ineinander greifen da hakt nichts alles gut also von daher kann ich jetzt erstmal nichts negatives sagen ansonsten ihr seht schon ich habe mich doch dafür entschieden dass ich es motorisiert baue mir ist nicht eingefallen ich habe ja noch von dem mold king was war es von dem huni truck ja ich packe unten nochmal link mit rein da habe ich ja die motoren rausgenommen weil der war super langsam und lenkung alles war nicht so wie es sinnvoll wäre von daher habe ich die jetzt hier mal eingesetzt und dann gucken wir mal wie der damit läuft ansonsten das war ein kleiner schock die anleitung habe ich ja gesagt hier halt schon geht los man soll die motoren bauen beziehungsweise die attrappen oder die dummies für die motoren und ihr seht das fängt so hier mit dem servomotor an und gleich als erstes braucht man sieben achsen davon sind aber gar nicht zwei da sondern nur eine das hat mich schon mal gewundert dann habe ich weiter geguckt und mir ist aufgefallen dass viele teile nicht da sind und dann dachte ich mir ach herrje was ist da denn los dann kam ich auf die schlaue idee und dachte mir fange ich erst mal an hier für den das sieht gut aus da sind viele teile da und habe den gebaut also den xl motor habe dann umgeblättert ja auch xl motor und dann kommt noch mal ein motor da haben auch wieder teile gefehlt und dann geht es los mit bau schritt 1 es sind im bau schritt 1 einfach nur die motoren drinnen die man im bau schritt 1 braucht ich gehe jetzt mal stark davon aus dass dann wenn man die anderen motoren einbaut man dann quasi wieder nach vorne blättern muss gucken muss wie man die motoren zusammenbauen muss und sie dann ersetzen kann wenn man es denn statisch baut so sieht der damit dann aus der ist sogar sehr ansprechend man könnte noch einfach raus lassen weil ich glaube die zwei verbindungen werden jetzt nicht so dramatisch sein und dann hätte man gleich noch jede menge fließen übrig weil warum auch immer die haben den sogar verfließt alles gut zwei stück davon ja kann man mal so machen ähnlich wie hatte ich ja bei sembo bei der 1 70000 bei dem häxler da waren ja auch damit die waren nicht ganz so ausgeprägt wie die hier somit fließen und alles aber ja mei nimmt man halt mit und dann müssen wir irgendwann auch noch schritt eins bauen das ist das hier da bauen wir das ist eigentlich schon fast klassisch lox lego erstmal hier diese reihe unter konstruktion große rahmen kleine technikrahmen rein zwischendurch immer mal fünfer liftarme und das ganze außen noch mal mit lift arm verbunden das ist stabiles dann baut man den oberen teil wo die motoren dran sitzen also technik rahmen differenzial rein die aufnahme oder hier die weiterleitung vom differenzial wo dann später die achsen angeschlossen werden zum oder die radaufhängung besser gesagt und hier in der mitte seht ihr ja ist dann die aufnahme oder der motorblock wenn man so will wo zwei motoren hier in die mitte drauf greifen ich bin mal gespannt wie schnell der am ende wird weil riesige zahnräder gehen auf ein kleines zahnrad und ja wird quasi stark untersetzt untersetzt übersetzt große tränen ein kleines übersetzt und das geht dann hinten auf die achse drauf ja das wird dann am stück drauf gesetzt und noch mal befestigt mit pins und ein paar lift armen ja und dann wird hier vorne noch der aufbau gemacht ich weiß noch nicht ganz was das hier wird ich bin gespannt jedenfalls geht die nachse durch großes zahnrad kleines zahnrad wird hier umgelenkt geht nach vorne und endet dann hier wird wahrscheinlich irgendwas ja bei lenkung glaube ich fast nicht ich halte euch auf dem laufenden bis dann so weiter geht mal gucken was das wird ja so viel also zu abschnitt 1 weiter geht es mit abschnitt 2 ihr seht kam einiges dazu aber machen wir es wieder etappenweise wir bauen wir bauen erst mal wieder einen kleinen rahmen vier technikrahmen zusammen mit lifter arm verbunden und das ganze legen wir dann zur seite das sehe ich gerade die müssen noch ein danach geht es weiter man baut die vorderachsen konstruktion mit lenkung ja ja auch wieder technik haben techniker großer technikrahmen hier so ein grauer technikrahmen also wieder viele technikrahmen das macht er ja gerne auch vertikal baut man halt so zusammen da gibt es jetzt nicht wirklich was zu beachten und dann kommen die lenkung dazu und die ist schon eher kompliziert denn der das zahnrad was dann hier später zur links zum lenkrad weitergeleitet wird also quasi das was eigentlich immer mit ich drauf sitzt sitzt hier ja ziemlich weit außen ich sag mal so ein drittel vielleicht sogar noch ein viertel ja doch ein drittel wird sein und das macht das ganze irgendwie ein bisschen verwirrend und generell schon ziemlich viele zahnräder hier seht das ja vier stück allein in dem bereich da muss man schon gucken dass man das an die richtigen stellen setzt zumal da jetzt der nachteil der anleitung kommt dadurch dass alles ausgegraut ist hat man schwerer nur orientierung wo man gerade baut weil es sieht manchmal im winkel so aus als ob ein lift arm direkt irgendwo dran sitzt dabei sitzt der wesentlich weiter vorne und höher aber durch den winkel sieht es aus als ob das direkt dran ist das ist alles ein bisschen verwirrend da muss man also sich wirklich schon konzentrieren aber dann wenn man es verstanden hat wo was hin soll dann lässt sich das gut zusammenbauen dann geht es weiter man baut die gerad aufhängung baut man erst separat dann wird die hier mit zwei konnektoren pin auf pin aufnahme nur um 90 grad gedreht das hängt auf einer achse dran wird dann dran gesteckt und hier unten kommt eine lange achse durch die lässt sich auch gut durchstecken ohne dass man da jetzt viel gewalt braucht ja dann wird dieser ganze klotz auf den ersten technikrahmen gesetzt noch mal mit pins verbunden und dann muss man halt gucken dass alles gerade steht und dann kommt er hier an teil 1 dran wird auch noch mal mit ein paar pins und liftarm verbunden und dann ist das eigentlich soweit fertig und es geht drehen wir es lange seiten partie auch wieder technikrahmen ohne ineinander gestapelt außen noch mal panels dran und da kommt dann der vorteil der nicht zu strafen pins auf die länge es sind glaube ich zehn pins oder sowas die dann drangesteckt werden dass man setzt hinten an drückt das guckt dass alles passt und dann kann man das einfach ohne probleme dran drücken bei mold king aus erfahrung ist es bei mir zumindest immer so würde man da würgen wie blöd dass man das zusammenkriegt was aber auch an der anleitung wirklich schwer gemacht ist da merkt man dann halt dass sie nicht die anleitung eins zu eins kopieren wollen obwohl das modell eine eins zu eins kopie ist man baut halt hier hinten irgendwo was dran und auf einmal soll hier vorne noch mal ein schwarzer pin dran den sieht man meistens also oder wenn man sich nicht halt alle teile oben ist ja immer vorgegeben man muss so und so viel pins und so viel panels und so viel liftarm und die anderen dran gebaut wenn man das jetzt nicht gerade so macht wie ich manchmal vergisst man ab und zu dass hier irgendwo auf der anderen seite auf einmal noch mal ein pin drauf soll und da ist auch die haben nicht immer feile also die sind hier mit feilen recht sparsam dass man sieht okay da muss was dran da muss was dran da muss was dran sondern da ist dann halt einfach nur noch mal irgendwo hin aufgezeichnet und im nächsten step braucht man den dann also da wirklich genau hingucken am besten wirklich auch immer die teile vorher zusammensuchen die man für den einzelnen zwischenschritt braucht damit man da nichts vergisst das ist dann wirklich noch mal ein bisschen kompliziert ja dann baut man die andere seite die ist dann ein bisschen komplizierter da man hier nochmal zahnräder für irgendwas hat keine ahnung was das wird vielleicht die ich glaub irgendwo kommt ja noch ein motor rein vielleicht kann man die türen öffnen oder so wie gesagt ich gehe hier vollkommen blind dran ich kenne das modell von außen aber was der jetzt technisch kann keine ahnung und dementsprechend kommen hier halt noch mal ein paar zahnräder dazwischen gesetzt aber das ist jetzt auch alles nur einfache konnektoren und achsverbinder da ist nichts problematisches dabei ansonsten ja rote federn ob die jetzt besonders straff sind weiß ich nicht aber zumindest vom gefühl her sollte es reichen dass am ende immer noch federweg da ist und er nicht einfach nur zusammensackt die wirken relativ straff und die ersten zwei farbigen teile sind dran das sind sie mal die farbe ist die gleiche ja ich wundern an dem bastel ich hier gerade rum wie der porsche hier von wagen sie da weiß ich auch nicht welche teile das sind aber das ist der gleiche farbton das heißt ja wenn er die beiden habt könnte könnte man theoretisch den teilen an dem hier noch weiter umbauen oder umgedreht wie man halt will zumindest passt das farblich zusammen und auch die wagen sie teile hatten schon eine gute qualität von daher vielleicht ist es der gleiche lieferant ja das also zu abschnitt zwei bevor wir uns die drei weiter angucken jetzt habe ich es endlich mal mitgebracht das sind hier die zwei sätze felgen einmal ja in diesem klassischen goldton und dann das ganze noch mal komplett schwarz und ja mal gucken was am ende besser aussieht hat man hat also die wahl kann man sich aussuchen sind exakt die gleichen felgen nur anders lackiert reifen sind auch die standard reifen also jetzt nicht so wie tgl zum beispiel die machen jetzt ihre eigenen reifen zumindest beim audi oder kader hat ja auch eigene reifen mit einem anderen profil das hier sind die klassischen standard reifen so nun kommen wir zu dem was man gebaut haben ihr seht hinterachse ist dran also fast hier muss theoretisch ich hatte schon mal liegen weil ich mal getestet habe wie er fährt da kommt dann später noch eine achse durch und dann hat man auch eine federung weil so passiert halt nichts weil es ist noch nicht richtig festgemacht es kommen erst mal jede menge liftarme dran dass man die radaufhängung dran setzen kann dann wird die befestigt kommen achsen durch dass es hält und hier kommen dann quer auch noch mal jede menge liftarme drauf von oben noch mal liftarme dass das ganze hält also stabil designt ist es auf jeden fall ja dann ist das hier soweit fertig hier kommen noch ein paar elemente dran an denen man dann später noch aufbauten dran machen kann gehe ich mal stark von aus und dann geht es zur seite zum einen hier ein paar deko elemente und auf der anderen seite kommt hier die mechanik für die türen wird das wahrscheinlich sein denn wenn wir hier drehen bewegt sich das hin und her und das könnte ich mir zumindest vorstellen macht dann die tür auf oder zieht sie wieder ran hier oben haben wir dann noch einen schalter eingebaut in den mittelkanal der wieder mit panels komplett verkleidet ist da kann man umschalten einmal zwischen hier so jetzt dreht sich das und wenn warum drehen dann wo haben wir es dreht es nämlich auf der anderen seite so jetzt ich nehme an dass hier irgendwie ein motor angeschlossen wird und er entweder die seite dreht jetzt kriege ich hier das karlangelenk nicht ja jetzt sich die seite oder wir schalten um und dann dreht sich die andere seite mit den türen zu den karlangelenken seit langem mal wieder ein hersteller der die nicht fertig geliefert hat das heißt die muss man alle zusammen knippern das ist wieder ein bisschen nervig zumal mittlerweile eigentlich standard ist dass sie fertig geliefert werden hier muss man halt diese drei kleinen teile da zusammen wirken ja dann geht es nach vorne kommt erst mal von vorne der servo dran das ist es zum beispiel auch ein großer unterschied zu dem original design von lux lego der hat das hier eigentlich wie dann auch beim huni truck gemacht ein bisschen er packt den servo hinten rein zieht die lenkung hier in dem untersten haa nicht niesen in den untersten technikrahmen rein bis nach vorne und geht dann zur lenkung das haben die sich hier ersparen gespart und setzen von vorne dran hat den nachteil hier kommt die akkubox hin ihr seht das reicht nicht ihr braucht eine verlängerungskabel das ist ein bisschen ja nervig so hätte man halt wirklich alle komponenten hier hinten die motoren der servo die akkuboxen bei lux lego sind ja zwei weil er mit bufis meistens arbeitet dass jeder motor eine akkubox bekommt hier wäre dann jetzt an der stelle hier die akkubox und dann müsste man sich von hier bis dahin noch mal eine verlängerung suchen oder mal gucken wie dann die sitzt sind ob man eventuell die akkubox hier irgendwo im fahrerraum verstauen kann dass man dann quasi alles zusammen hat das muss man dann mal sehen ja ansonsten noch ein paar kleinigkeiten hier so kleine teile und da die achse gehört hier nicht hin die ist mir bestimmt irgendwann mal untergefallen mal gucken ja ansonsten es ist wild durcheinander also man muss echt es wird hier gebaut dann wird hier gebaut dann wird in der mitte gebaut dann wird da hinten gebaut das ist alles ein bisschen wir da haben sie sich weit von lux lego entfernt was die schritte angeht und es bleibt dabei das problem mit den mit der anleitung da sagen sie halt vier pins man verbaut drei und dann auf einmal wenn man die hinten baut soll ich hier irgendwo in dem panel noch hinten ein kleiner pin rein das übersieht man gerne also da muss man wirklich weiterhin gut darauf achten ja so viel also zu schritt drei und weiter mit der vier kabel zur seite habe es ja schon angedeutet geht dann los werden hier die langen achsen reingezogen damit wir hier stabilität auf der hinterachse bekommen und ja jetzt ist auch fest ziemlich strafe federung sollte also am ende eigentlich passen ja dann gehen wir hier zur seite und auf der seite wird der türmechanismus angebaut ist im prinzip fast das gleiche wie auf der seite hier nur dass man hier noch mal eine verbindung haben die nach innen geht aber jeweils halt nach vorne durch gestreckt und geht hier auf den hebel der so dann die tür wahrscheinlich auf und zu macht ja wo kommt warum kommt der erst daraus gerutscht alles klar gut da gehört die zwei achse rein muss ich nachher mal richtig rein stecken wo war ich genau dann geht sie hinten weiter und zwar zur heck party die wird separat gebaut man sieht es schlecht es sind wieder viele technikrahmen die dann vertikal angeordnet sind 1234 damit es glaube ich noch mal einer und fünfter da haben wir da so eine reihe an technikrahmen und an die wird dann hier die front angebaut so stück für stück dicke endrohre kommen dran die sitzen auf einem offener plate darauf sind technikbricks und von da aus per pin an connector dran darum kann man die auch ein bisschen noch hoch und runter wackeln wenn man zu dolle wackelt gehen sie natürlich ab hinten erste deko elemente da das kann ich ja gleich mal ziehen wir den mal ab das ist mir jetzt doch ein zweimal aufgefallen die haben unsaubere angusspunkte so da sieht man es das ist nicht nur der punkt sondern um den punkt drumherum ist wie so eine fläche als ob es da nicht ganz sauber eingespritzt wurde das ist mir jetzt an zwei drei teilen aufgefallen man muss schon ganz genau hingucken und im licht sieht man dann durch die reflektion dass da ein bisschen was ist ansonsten sieht sauber aus schade eigentlich trüb dass den bisherigen eindruck dass die teile eigentlich eine ziemlich gute qualität haben ist auch nicht bei jedem so also bei dem hier ist jetzt zum beispiel ein ganz normaler angusspunkt da ist halt wirklich nur dieser eine punkt hier ist noch eine kleine fläche drumherum aber gut ja dann haben wir hier mit system stein die farblich hervorragend zu den technik teilen passen als deko dran und von unten haben wir noch mal pendelt so als abschluss dass man zum glatten unterboden übergeht also theoretisch zum glatten unterboden übergehen würde ja lässt sich halt auch wieder alles ziemlich simpel aufbauen und ich habe jetzt hier die ersten schwarzen sachen verbaut ach nee ich habe es hier schon erwähnt hier hatte ich auch schon was schwarzes reingesetzt hier dann auch damit man dann am ende hoffentlich nichts blaues mehr sieht ja und zu guter letzt kommt dann hier noch die mechanik ein bisschen dazu oder elektrik kommt ein motor rein der wird hier vertikal reingestellt und dann wird das ganze hier verbunden und hier kommt oben nochmal ein zahnrad hin ich weiß nicht wofür das später gedacht ist also vom endmotor geht es über zahnräder hier rüber geht hier rüber auf eine schnecke die dreht das zahnrad an von da aus geht es dann hier zum schalter und da kann man dann umlegen zwischen den türen und das sehen dreht sich halt mit ich bin mal gespannt wofür das dann dieser zweier das regt mich ein bisschen auf warum der da immer wieder rausrutscht wundert mich eigentlich weil der muss da rein und eigentlich hält der oder die zwei achsen halten weil sie hier muss ich mal gucken warum der da immer raus rutscht ob ich den da nicht richtig reingesteckt habe sage ich im nächsten schritt wenn ich noch mal richtig nachgeguckt habe ob ich da was falsch gemacht habe gut soviel also zu schritt vier die hälfte ist geschafft abschnitt fünf auch fertig der war an zwei stellen frustrierend aber gehen wir mal rein nach voran wie es weiter ging nehmen wir das ja man baut als erstes hier ein so ein seite element das ist ja einfach liftarme gestapelt unten im panel dran und hier sitzt ein kleiner flügel auf einem konnektor der den muss man sich so zurecht biegen dass der dann hier so schräg steht dann baut man das zweite element das hängt hier hinten an einem großen liftarm dran auch wieder ein panel hier nochmal ein konnektor und ja so klein kram halt kommt hier noch ein bisschen deko drauf dann baut man das später auf der anderen seite auch nochmal exakt das gleiche so und dann kommt der part der ziemlich nervig war denn hier diese seitenleisten kommen dran da zum einen auf dem einen panel also von den ganzen von den vier panels das hat ein kratzer drauf die anderen sind wieder okay aber was heißt kratzer da sieht man es da ist ein schwarzer strich drauf und hier auch so klein irgendwie weiß ich nicht es geht nicht weg ich habe es versucht weg zu polieren ähm es ist ein bisschen weniger geworden aber ja wenn man genau hinguckt sieht man dass da vor allen dingen hier da ein kleiner schwarzer strich drauf ist vielleicht schmutzradierer oder noch mal versuchen aber das eine panel hat da ein bisschen was weg die anderen drei sind vollkommen in ordnung ja die sind verbunden mit pins auch kein problem aber die müssen dann hier ans chassis dran und an den punkt oder da ist ein pin da ist ein pin und da sind zwei pins und da hinten ist nochmal ein pin ein zwei drei vier aufnahmen hier sind zwei da um vier ähm die sind beweglich und die alle so hinzukriegen dass man das drauf geschoben bekommt war ja hat pro seite fast zehn minuten oder so oder fünf minuten gedauert ich die dann endlich mal rein bekommen habe ohne dass es auf der anderen seite wieder rausgesprungen ist wenn sie dann drin sind hält alles prima es ist halt nur schwer die dadurch dass sich das hier der nach oben und unten dreht die links rechts der dreht sich gerne nach hinten der dreht sich auch nach links und rechts weg ja also das war jetzt so bisher das wirklich nervigste anzubauen bis so von allen sachen die bisher dran kamen musste natürlich auch auf der anderen seite gemacht werden da war es ähnlich nervig ja dann kommen noch die sitze dran die sind leider hier hinten fest verbaut dadurch kann ich nicht rausnehmen aber ich denke mal man erkennt es ist ein technik sitz ja seiten lehnen hier hinten oben nochmal seiten lehnen warum die hier so am an den schultern weiß ich nicht ja ist mir ein bisschen zu markant aber es sind halt sportsitze ist in ordnung hier da muss ich noch mal bei lox lego eine anleitung gucken ob der hier abstandshalter drauf gemacht hat wir gucken einfach nur pins raus die haben keine funktion die sind halt einfach da sieht irgendwie unfertig aus da will ich nochmal nachgucken ja ob das beim original genauso ist oder ob er da konnektoren nach wie heißen die dinger distanzstücken drauf gesetzt hatte sage ich euch dann später wenn ich nochmal nachgucken fällt mir gerade das wieder ein wollte ich eigentlich machen ansonsten ist es schwer nachzuvollziehen weil die hier von den bauschritten her wirklich komplett anders vorgehen als lox lego aber zu 95 prozent ist es alles dasselbe am ende einzige große unterschied hatte ich ja schon gesagt mit der lenkung und ich habe auch noch mal nachgeguckt gehabt dieses zahnrad hier hat lox lego nicht also bei dem ist ja einfach nur eine kürzere achse mit stopp drauf und dann hört hier auf das zahnrad hat er nicht weiß ich nicht warum die das hier gemacht haben vielleicht wenn man keine motorisierte variante hat dass man dann hier drehen könnte um die türen zu öffnen das wäre jetzt so das einzige was ich mir denken könnte ich werde nachher noch mal eine anleitung oder später irgendwann in der anleitung nachschauen oder spätestens wenn wir da ankommen warum da ein zahnrad ist ja lasst mich überlegen ach so ja dann baut man den zweiten sitz der ist identisch und dann kommt hier noch der bügel oben drüber das ist dann auch wieder hier ein paar achskonnektoren auf beiden seiten und in der mitte liftarme dazwischen die werden dann hier unten verbunden das ist jetzt hier die rückseite vom sitz der pin darum kann ich die nicht rausnehmen weil das hier fest miteinander verbaut ist und dann hat man hier stabilität drin und hat erstmal einen griff um das ganze schön hin und her zu tragen ja soviel also auch zu schritt fünf damit ist die hälfte durch und ich würde mal sagen das reicht jetzt für ein video sonst wird es auch viel zu lang von daher ich bedanke mich wie immer fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne auch einen daumen da oder falls das noch nicht gemacht habt abonniert doch vielleicht auch noch meinen kanal und dann sehen uns hoffentlich wieder wenn es heißt teil 2 zum aufbau dann schönen tag noch und bis zum nächsten mal wenn es heißt krümel baut